hallo euer viking und mit recht herzlich willkommen im russi kanal und zu einem kleinen indi horrorspiel ich bin mit seinem quero voltar para casa keine ahnung was hier geht wir starten einfach mal obrigado sonst da noch nicht da fahren ein paar regisse unter euch oh was mit der unity ich habe was Ich will mal sehen. Ist der gut oder böse? Oh, was? Das ist Alien. Oh, Jesus. Ist ein Alien oder was? Alien? Hilfe! Ich höre jemanden da drin. Ich muss einen Weg finden, um ihn zu gehen. Oh, scheiße. Hilfe! Wir brauchen eine Karte. Er kommt schon wieder. Auf Wiedersehen. Er legt mich am Arsch. Was ist das für ein E-Bus? Wir sind hier auf dem Raumschiff. Ah, das ist unser Raum. Eine Waffe? E. He. Ah, ja. Wow, Jesus. Ah, das ist cool. Da kommt man nicht durch. Auf jeden Fall habe ich schon mal die Aliens abgeknallt. Guck mal da rein jetzt. Ah. Ah, das ist ja unser Raum. kann ich da was tun inventar habe ich keins hier komme ich nicht rein der rote eine rote karte wir haben aber eine blaue aber wir haben ja unsere leid kann hier aber echt geil nice game i love it hier kommen wir rein access wir haben die gelbe karte crazy ob egal wir haben die gelbe karte grün da war grün hier ist gelbe kombucha sim ich nehme erst mal die rote karte ich glaube hier sind unsere kollegen eingefroren oder nicht was muss was heißt wenn ich mal machen ich glaube ich habe es verzockt wenn ich jesus hau ab du Wieso sind hier Aliens? Was ist das jetzt? Leute, jetzt bin ich aber vollgepackt bis oben hin, oder? Wer hat denn die rote Karte? Ich gucke mich da crazy. Die haben jetzt was zu tun. Die grüne Karte. Wir müssen warten bis es fertig ist anscheinend. Ah, nice. Ja, also ich muss sagen, wirklich cooles Game. Schön gemacht mit der Unity Engine, wunderschön gemacht. Da gibt es wirklich nichts. Ich habe halt einen kaputt gemacht. Ich habe einen kaputt gemacht. Links oder rechts? Wir gehen natürlich nirgends hin. Voll im Raumschiff hier. Ja, hands up, hä? Ich trau euch nicht, ihr habt mir angegriffen. So ist recht. Was? Was? Das ist verrückt! Crash? Oh, Jesus! Wir haben einen Unfall. Die Älteren entführen uns oder retten uns. Und ich habe sie alle umgebracht. Der andere hat mich angegriffen, oder? Wenn man was verstehen würde, wenn man Portugiesisch sprechen könnte, wäre das halt umso cooler. Nice! Wow! Holy moly! Final Ream, Final Two of Three. Es gibt hier also mehrere Enden. Na, das ist ja mal nice! Wow! Great! I love it! Es gibt also mehrere Enden. Wir haben jetzt das Ende von zwei von drei. Obrigado! Obrigado! Portugies! Wow! Wirklich cool! Komme ich zurück ins Menü? Wäre ja eine feine Sache. Weißt du? Und du? Ah! Ob sie... Ob sie... Ich möchte mal gucken. Wir wissen ja jetzt, was zu tun ist. Der eine Johnny ist ja da... Also... Der Johnny von uns hier, mein guter Freund. Sondern... Der eine Alien. Der ist ja böse. Wenn wir sie jetzt alle leben lassen. Bis auf den einen hier. Hör! Du bist ja böse. Er ist ja böse. Der war ja böse. Es ist... Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Hör! Hier brauchen wir ja Gelb. Und hier sind wir wieder in der Sackgasse. Durch die eine Tür konnten wir durch. Hier nicht, hier nicht. Er schläft ja. Ah! Ich überwürde! Die... Fullpest. Er war ja der einzige, der böse ist. Wir haben die blaue Karte. Er schläft. Dann lassen wir ihn schlafen. Wir machen jetzt mal einer auf Friendly. Nur der eine war ja total bescheuert. Und mal schauen, was wir dann für ein Ende bekommen. Wenn wir jetzt alle leben lassen. Aber wirklich... Also ich muss sagen... Das Spiel ist echt geil. Wunderschön gemacht. Vom Stil her, von den Animationen, von allem eigentlich. Nur schade halt, dass ich es nicht verstehe. Was habe ich jetzt für eine Karte bekommen? Nur mal einer, wo es sauer wird. Du Dreckarsch. Wir haben das. Wir haben das. Wir haben die rote Karte. Gehen da rein. Und... Machen das denn. Aber echt... Echt geil. Vor allem mit Stock... Mit Story und so, ne? Nice. Jetzt haben wir die grüne Karte. Grün ist die Hoffnung, leider. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Komm mal hier heim. Und komm nach oben. Ja immer schön Hands up Baby. Jetzt gehen wir mal zu ihm hoch. Das müsste der Entwickler sein, oder? Das ist nice. Aber hier kann ich nichts tun. Das ist crazy, oder? Das ist voll crazy. Mega. 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 Ich habe gedacht, wir kommen vielleicht zu einem anderen Ende. Fica frühe. Qual ist dein Problem? Nichts, weil du dich in einem nicht bekanntes Ort wirst. Und du hast eine Arme, die du dir recht zu töten. Du bist ein Monster. Wir schützen dich. Und das ist das, dass du dich dankst. Warte mal. Wie? Ich weiß es. Oder soll ich alle vernichten? So ein Target oder? Jetzt kackt ab, oder was? Was ist jetzt los? Spinnst du jetzt so ein blöder Recht, oder was? Mysteriös. Ich glaube, jetzt will sie das Spiel nicht mehr, oder? Jetzt mag sie nicht mehr. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Fisch. War das vorhin auch schon? Ja, gell? Wir konnten ja nichts anderes tun. Nee. Immer noch Final Two of Three. Was hätten wir anders machen sollen? Ich würde sagen, ich belasse es jetzt. Jetzt habe ich zwei Durchgänge gespielt. Ihr könnt sie ja gerne selber runterladen und selber mal probieren. Und mir dann in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein anderes Ende gefunden habt. Vielleicht, wenn man alle in dieser Kiste zerstört. Weißt du? So wie ich den ersten kaputt gemacht habe? Man weiß es ja nicht. Wow. Aber wirklich ein echt geiles Spielchen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mich einschalten würdet auf meinem rostigen Kanal. Das war Cuero Voltar para casa. Obrigado für das nice game. I love it. Great job, my friend. Great job. Bewert doch dieses Video. Was in die Kommentare schreiben. Und falls ihr noch keine Ahnung habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press the head button for subscribe to my channel. Ansonsten ließ das Leben. Enjoy my life. Habt Spaß miteinander, Fauze nicht. Und nochmal sorry für die kurzen... Hagler da. Ich weiß nicht. Ich halte Unity Engine. Das mag so anscheinend nicht. In diesem Sinne. Es ist Oktober und wir liegen in uns. Euer Rostiger. Thank you and goodbye. Good night. Bye bye. Geil. Great. Ciao anscheinend. Weihnachten. I apologise nach euch. Jetzt gehiß ein Abend.